Auf der Bergspitze angeln, wo angeln wir denn da? Eisfische Wir sind mal beim V7 anrufen und fragen ob die Vorsprung für dich Oh nein jetzt zu dir Bist dich alleine da oben glaube ich Ja hier ist einer Konzert oder Alissa? Wo wusste ich denn? Ja, achten wir. Die haben die Disco-Games hier eigentlich, so wie früher. Die sind die Leinbock. Die sind die Leinbock. Ja hier ist eine Leinbock. Ja hier ist eine Leinbock. Ja hier ist eine Leinbock. Ja hier ist die Leinbock. Ja hier ist ein Leinbock. Das ist ja auch ein Leinbock. Ja der kann aber nicht. Außer abdampfen kann der Leinbock. doch hier gibt der Schäftetreiter im Sonntag kommt der zu Popo dafür braucht der Montagsfrei, Alter unfassbar, da drüben ist einer der hat echte Torsten errichtet boah krass Junge, ich auch unfassbar Junge aber da müssen die Leute nicht so viel haben der war gut Alter, hattest du nochmal getroffen? naja, einmal nur Junge irgendwie, und dann denk ich mal da bin ich nochmal getroffen naja boah ja 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 klappanmela ey wun wun klappanmela 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 ja Ich hab nichts im Hallen. Ja, ich bin auf einer Insel, Alter, von allen. Komm ab, ich disengage ihn. Oh nein, da ist auch einer links. Ja, ja, die hol dich jetzt weg. Ich bin tot. Das ist ein Hölliger. Ich bin tot, was ich jetzt da? Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ach, ich bin tot. Nein! Mit der Bude oder was? Ja klar. Ah, gut, das war er. Ja, schau, ich wollte den Kill noch mitnehmen, Mann. Oh, ja. Jungs, dieser Kontroll, was du klebrig mal hat. Das kommt von deinen klebrigen Fingern, Mann. Nein, ich hab doch was davor nicht gespielt. Ja, dann war einer, wenn er geschwistert hat. Ja, Mann, du fette kleine Schwester. Ja, jetzt kommt der Bot mit mir die ganze Zeit. Ja, weil du ihn beauftragt hast, Mann. Bis er stirbt ist er leider ernst. Er kämpft für deine Sache, Mann. Hier bei euch. Nein, hier bei mir. Zwei Stück, oh Mann. Der eine kam für den Sieg. Sehr stark. Sehr stark. Alter, hast du keinen Sprit mehr in dem Auto? Warte! Alter, was war das denn für ein Bug jetzt gerade? Krass. Krass. Bruchmusik. Raiyek. Mit auch kein Sprit. Ja, sicher. Ich hab vor dir nur noch was zu sagen. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich hab's doch gesagt. Nein. Ja, das ist einfach nur so ein komisches Bereich, oder? Oha, hier sind drei Leute. Wow. Das ist echt geil. Digga! Der dumme Fixer. Ach du Scheiße, er hat mich mit Boogie Bob rausgebombt, Mann. Dein Ernst? Ja, was kann ich denn noch? Ich gewinne es noch. Versprochen. Ich hab's mit dem einen Kill gesehen. Ich hab's mit dem einen Kill gesehen. Ja, ich hab's mit dem einen Kill gesehen. Ich hab's mit dem einen Kill gesehen. Hier geht's. Okay, reicht's. Ich hab's mit dem ein Kill gesehen. Ich hab's mit dem Kill gesehen. Das ist nicht perfekt. Ich bin ein Kill gesehen. Der ist ein Hecht bei meiner Abung. Ja, ich hab's mit dem Kill gesehen. Wir haben hier zwei Hände. Ich hab's mit dem Kill gesehen. Ja, ich hab's mit dem Kill gesehen. Ja, das ist schön, dass du für dich... Ja, ich hab's. Gerade ich hab's mit dem Kill gesehen. Oh Einer rechts, einer links Ey, ich hasse sie kaum, diese Nachläufe So heudig Man kaut ja mit meinen Kill, Alter Ey Ja, hier ist es Müsst du nicht mehr nehmen Ujo, hier ist einer Ey Ich gucke noch, wie welche sieht man ja, gehen wir direkt drauf wieder Hat auch geblinkt, doch da am Baum Wo? Hier unter mir Doch, das ist ein Pushter Doch, das ist ein Pushter Oh, das ist ein Pushter Ja, wo? Pushter Oh Ach ja, kaum schlechte Pushter Aber ich hätte das gar kein Sinn So schlecht DANG Alter Alles zu gehen, Pushter Jan, du musst jetzt alle holen, Alter Der ist, der ist, der ist low eigentlich Einer kriege ich hier oben nur Hier bei mir ist er, hier bei mir, Jan, über dir Über dir Über dir Vor dir Ich hab den so laut fast hier Ich hab den so laut fast hier Vorlaufen Pass auf, das gibt es halt Hier sind wir im Baum Alter, von links, Alter Fuck Ja, Digga Hä, ich dachte, damit schießt man, Jürgen Damit hab ich geschlagen Nutzlos, hier Krieg's dafür Was ist denn da so kecks, Junge? Ich hab mich nicht wieder Die Leute verpeilen mich nicht wieder Die Leute verpeilen mich nicht wieder Die Leute verpeilen mich nicht wieder Hä? Wahrscheinlich Die Leute verpeilen mich nicht zu lücken Zu schlecht Mein Gott, Mann Ja, Mann Merk, du hast 2020 schon mal ein bisschen heimlich weiter gespielt Ja, so ungefähr zwölf Monate von zwölf Ja, so ungefähr zwölf Monate von zwölf Töger Nej, Töger Lähen Töger Ja, Pöger Die Leute verpeilen mich nicht überrasch'